Ich bin hier ein Feldstripper, der kann sich das leisten. So, hallo? Woll grad sagen, jetzt kann ich nicht mal mehr rennen hier, aber... Hallo, ist du Jay? Ich bin Jay, ja. Hast du damit nicht erkannt? Ja, ich hab jemanden nicht geschaut. Sonst guckt's nicht immer im Schritt, dann erkennst du das nicht. So, wo bist du? Hier ist die Kiste. Wo bist du in Fleur? Hier ist ein normales Boot. Ja, wo ich bin, da ist er... ...an nem Ausgangstor. Oh mein Gott. Da sägt jemanden. Oh, ein Hillbild, die sägt da. Ja. Fleur! Nein, leck das. Warum leck das? Bei mir leck das nicht. Bei mir auch nicht. Fleur? Ja? Bist du noch bei dem Generator hinten hier? Jetzt an dem Tote. Jetzt mach ich was fieses. Ha! Jetzt kommst du da nicht mehr raus. Ja. Geblockt. Oh, schläg jetzt. Guck mal, was ich schon jetzt in der Hand hab. Einen Grünschlüssel. Kein Ruin. Ich hab da zwei Tote gesehen. Eins hab ich grad weggemacht. Da wo wir am Gen waren, ja? Das andere ist neben der Scheck. Da am Gen. Zwischen den Reifen. Der Keller ist übrigens in der Tanke, ne? Okay. Oh, fuck. Der hat mich gesehen. Der hat mich doch gesehen. Ich muss die Palette nutzen. Auf. Ach komm, jetzt heil mich doch. Oh, ey. Der ist doch beschäftig. So. So. Roten. Der war aber schon ein bisschen doof, oder? Der ist jetzt... Der ist jetzt zur Scheck, ne? Der ist nicht mehr bei mir. Gucken wir mal, was wir schon in der Kiste kriegen. Oh, ne Karte. Oh, ne Regenbogenkarte. Yeah. Ah, da haben wir noch nen Tote. Okay. Ich bin bald im Random. Der Killer kommt schon wieder zu mir. Ja. Können wir die hinterher? Ja. Wir sind ja grad keine Paletten mehr. Ich hab nur zwei gezogen. Oh, hier am Link, die ich jetzt liege. Ist ein Totem. Ist ein Totem. Oh, das leckt wie ganz klar. Immer so ganz klein. Oh, klar. Okay, der Tablet gibt's nicht. Oh Gott, ich bin im Schrank. Oh Gott, ich bin im Schrank. Das ist wirklich... ...no minimal, aber es nervt hier echt. Die Lichter noch schneller als ich. Das könnte heißen. Die Lichter noch schneller als ich. Wow. Gehst du random? Ja. Geht einfach. Nee, lass mal... Ich komme jetzt auch noch nicht so weit weg. Haha, verarscht. Aua. Er hat mich verletzt. Aua, ich komme im Keller. Hier auf Seite. Ich bin nicht verstanden. Ich bin nicht verstanden. Ich bin nicht verstanden. Guck mal mal was machen, mister. Kler, wo bist du? Auf dem Weg zur Tankstelle. Okay. Guck mal mal, ob der Killer da rein kommt. Und wer ist hier doch schon einer Tanke. Ja? Aber der Killer ist auch da. Ich hau hier wirklich alle Schränke durch. Auffassen, er kommt. Er ist weg. Er kam kein Spritbus, nix. Wurde geliehene Zeit getriggert für dich? Nö. Er rennt hier hinterher. Nein, er hat mich gesehen, glaube ich. Ha, die Runde kann ich mich wieder selbst teilen. Jetzt hat er mich gesehen. Oh nein, hier ist gar keine Palette. Terror, du bist ein Elephant. Sorry, der wird genutzt. Aber Flur hängt er jetzt zum ersten Mal, oder? Zum zweiten Mal? Sieht nach dem ersten Mal aus. Er kommt zu euch, bis zu zweitens. Aaaaaah! Aaaaaah! Kann ich zu dir kommen, Flur? Ja, kannst du. Ja, da. Ja, da. Na, bitte nicht zu kommen. Gut, dann bin ich mal tot. Der in der Werkstatt, der war schon gut weit. Nein! Wer kann denn wissen, was ich da rein will? Ich geh den Merchek weitermachen, Flösch, bin tot. In der Schäcke oder in der Garage? In der Werkstatt. Ups. Alter, dass ich den Schlag ausgewiegen hab, ne? Ich bin einfach nur nach links gerannt. Hast du andere? Nein. Aber da besitze ich nicht. Also doch besitze ich schon, aber nicht gerade. Aber er klebt noch. Hey, klebt noch. Er kommt zu dir gesägt, Flösch. Doch nicht, er geht zum Tor. Ja genau, in der Ecke irgendwie. Ja? Ich glaube. Nee, da wo du die Kiste aufgemacht hast. Hier ist nix. Direkt unter der Lampe. Ja, hier sieht man mich doch nicht. Siehst du, er ist fast an uns vorbei. Genau. Oh, hier ist die Luke. Oh, da ist die Luke. Und wo ist dein Schlüssel? Er kommt die Karte. Aber du hattest vorhin einen Schlüssel? Der war grün. Achso. Der war scheiße. Ich hab die nur genommen, damit ich was in der Hand hab. Weil ich hab die ja den Sunny-Koffer gegeben. Los, Random, du musst it. Wir warten aus. Mit sicherem Abstand. Beobachten das ganze Geschehen. Trenn doch nicht weg. Och, echt der Zitat, aber ist da die Palette noch? Ja. Okay. Gleich nicht mehr! Was soll ich tun? Wird laufen. Wohin denn? Wohin denn? Nein! 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 Shehe! Flach dich hoch! Hä? Ist dir andere von alleine aufgestanden? Ja? Ja. Keiner hat den mal gesehen. Nee, der war blind. Oh, und ich komme jetzt in den Keller. Nein? Ist sie blöd? Was läuft sie denn weg? Wo ist das andere Tor? Geradeaus. Ich habe die Giste aufgemacht hattest. Oh, ich habe kein Safecare. Da ist das Tor. Machst du es auch? Geh jetzt zumindest da ran, ja. Der nimmt den anderen jetzt hoch. Dann kommt der zu euch wieder weg. Vielleicht hat er einen Blutwächter. Deswegen lässt er euch so lange liegen. Dann warten wir. Nee, dann hat er sich zu früh gemacht. Oh mein Gott, beeil dich! Sehr schön. Halt mich doch. Ich bin da wohl gefühlt. Geh! Oh! Ha 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 ha! Geh! Geh! Geh. Vielen Dank.